also nicht weiter lade mal ein bisschen auf und hier du könntest auch mal ein bisschen aufladen was trägt die Alte da überhaupt für eine Waffe das liegt ja daran ja du musst schon zuhauen ach Kinder das würde ich nur dafür geben wenn ihr einmal trefft hat ja getroffen das macht mich ganz betroffen irgendwie kommt die Tosnelda dann nicht so richtig zurecht mit ihrer Waffe kann das sein wollen wir immer wollen wir über eine andere Waffe geben hier die Axt zum Beispiel Zack Mädel da bekommst du besser klar und überhaupt könntest du uns mal heilen ich habe gehört da drin bist du ganz toll Heilung Heilung ich tritt mal einen Schluck oh das sieht böse aus das greift uns bestimmt gleich an hier der Scheiß oh na warte ich lade auch mal auf sicher ist das komm nimm das hier wenn wir alles schön aufladen haben wir eine Chance lass mal weg da boom der Schlag hat gesessen ja gut einfach neue geht doch nicht so jetzt gibt's voll auf die Ommel mit Wommel mit Wommel auf die Ommel komm die müssen wir doch auch irgendwie killen hau doch mal deinen Schlag rauf Kind ach einen auf ihn musst du hauen das kann ich immer so einfach hier durchs Menü zu finden äh hier Schlammbombe auf den Freund da boom wie hat gesessen sehr schön wir haben nur bestimmt für gleich haben wir nichts mehr am Start deswegen müssen wir das glaube ich gleich alles nochmal zocken und ähm hier du bist wieder dran mit der Schlammbombe ich lade schon mal auf okay es war ja ein One-Hit wie uncool boom könnt ihr nicht auch mal One-Hitten wenn ihr nur einmal zu etwas zu gebrauchen werdet ach wäre das toll komm hier auf den da oben müsst ihr gehen hol ihn um oder bring ihn um jetzt greife ich ihn von hinten an dieses Mistviech okay es geht also nur mit der Schlammbombe toll äh es geht also nur mit der vielleicht geht es auch hier mit komm gib uns hier die komm hau drauf jetzt also ohne Zauber sind die irgendwie nicht auszumachen habe ich so das Gefühl Heilkräuter zu viel okay habe ich die Schnauze voll komm wir gehen ich sag dir wir gehen ja irgendjemand hat gelevelt Zotos Level 15 ähm ich würde vorschlagen wir gehen uns nochmal aufladen ich habe hier viel Lust zu vorher verprügeln wir ihn so ordentlich die treffen ja sogar schön schön auf jeden Fall ein stimmiges Umfeld hier ein stimmiges Setting auch wenn der Innenarchitekt eine Waffel hatte man muss ja auch mal die Küche braten so wie sie kocht oder wie auch immer dieses Sprichwort ging Schachmeister ist erledigt oh sie macht gut Schaden da so wenn sie auflädt das gefällt mir ausgezeichnet mir ausgezeichnet ist ausgezeichnet so verhalten ähm Schätzelein lader mal auf lader mal auf eins auf so und dann könntest du uns mal eine Runde heilen weil wir all die weil wir wollen ja eh gleich äh wir wollen uns ja eh gleich äh schlafen legen ne also wir drei zusammen na gut Patrick vielleicht nicht den lassen wir irgendwo draußen vor der Tür angekettet diesen komischen Kobold kommt keine Zeit hier wir haben noch keine Zeit so dann müssen wir mal versuchen ob wir da auch ein bisschen besser durchkommen also wir müssten da unsere kompletten äh Dings Dings äh verbrauchen ja unsere kompletten Dings deswegen machen wir das doch etwas geschickter mach es dir gemütlich ja mache ich ok allerdings ist es auch ideal ähm um so ein bisschen zu leveln muss ich ja mal sagen also so ein bisschen zumindest ne also so ein bisschen ideal ist es ja möchte ich so 185 haben wir schon das sieht doch gut aus ähm ja ich werde trotzdem jetzt noch so ein bisschen mit dem spielen gehen ich glaube das trainiert uns hier ganz gut in diesem Tempel und Training ist ja in so einem Rollenspiel das A und O und das gehört ja nun mal auch mit dazu zu so einem Rollenspiel deswegen spielen wir ja alle Rollenspiele weil wir Langeweile haben also ich kann da nur für mich reden also ich habe nie Langeweile deswegen spiele ich auch keine Rollenspiele so ähm ja ich wollte man dieses Menü gut dass sowas später dann überarbeitet wurde mal gucken wie er denn die Frostwelle so mag BÄM in your face oh ich bin Confucius die machen mich konfus na wartet ihr Schweine komm wir passen die Axt haha ich war schneller komm gib mir die Axt jawollski okay also können wir da einmal einsetzen wow toll hat er jetzt den Schaden nicht mehr gefressen doch hat er ich wollte ich wollte auch sagen kann es sein dass wir gerade mächtig auf die Fresse kriegen also so richtig mächtig WTF na gut jetzt müssen wir mal wieder austeilen nimm das hier ja du wirst dir wünschen nie geboren zu sein oder ich werde es mir wünschen weg hier ähm ja das war dann wohl nichts äh ich gehe mich mal ganz kurz heilen bis gleich wieder bis gleich so da sind wir auch schon wieder ha ihr habt nichts verpasst außer den richtig coolen Kampf den ich hatte natürlich nicht so also das hat ja super gewirkt also greifen wir einfach mal alle drei gleichzeitig an hier mit dem oh sie macht einen Flammenangriff also es macht einen Flammenangriff böse 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 na ihr habt ja getroffen ähm und wir müssten mal eine Heilung hier für sie ich glaube sie könnten eine Runde Kraftwasser vertragen yay an diesem Mal versuchen wir nicht so äh krank zu sterben wie eben das war schon krank er muss schon treffen Mädchen okay okay das war ja ganz cool jetzt laden wir alle auf lalalalalala hey hier du da boom bam das hat das hat doch mal gesessen oh diese diese Klinge hier gut machen wir wieder hier unseren Kälteangriff die Klinge kann das besser ab anscheinend fall um Klinge so da hast du dich nicht mehr treffen lassen Schätzelein da oben dafür spendierst du jetzt mal eine Heilung hier für uns alle ach so leveln wir doch wenigstens gleich alles hoch ihr greift auch nicht an ne ich denke auch hier so Angriff auch ruft da Mensch schön so muss das sein dann klappt es auch naja komm den überlassen wir jetzt mal sich selbst benutzen damit nämlich überhaupt keine Abilities mehr wo geht's denn hier hin und da hast du dich nicht mehr ich glaube dass du dich nicht mehr das ist das ist